Jetzt war es ein bisschen komplizierter. Ich habe mir gedacht, jetzt wendest du dich den Seichenthemen zu. Geht um Abtreibung. Der Text heißt Pro-Life, zumindest für neun Monate. Beginnen mit einem Zitat. Oh, ich sehe schon die angespannten Gesichter hier. Geil! Beginnen mit einem Zitat. Der weibliche Körper ist für die Frau das, was für den Mann die Fabrik ist, der Hauptschauplatz ihrer Ausbeutung und ihres Widerstands. Der weibliche Körper ist ein Politikum, das wird uns durch die Nachricht, dass der Supreme Court in Zukunft den Bundesstaaten überlässt, Abtreibungsgesetze durchzusetzen, wieder einmal bewusst. Allerdings greift der Zugriff auf den weiblichen Körper bedeutend tiefer als oftmals angenommen. Der weibliche Körper war und ist, wie Silvia Federici im vorangestellten Zitat deutlich macht, Ort kapitalistischer Enteignung und patriarchalen Terrors. Die ersten Frauen, die im Mittelalter als Hexen denunziert auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, waren solche, die Verhütungsmethoden entwickelt hatten. Frauen, die keine Kinder wollten. Frauen, die arbeiten wollten. Frauen, die Aufstände anführten. Frauen also, die sich nicht ausbeuten lassen wollten. Durch den in der Hexenverbrennung angelegten Krieg gegen Frauen wollte man die Spaltung der Arbeiterklasse erreichen und Frauen dazu zwingen, sich der Geburt von Kindern zu widmen, denn schließlich musste das Fortbestehen der Nation gesichert werden. Jede Frau, die sich dem nicht fügte, die Sex hatte, bloß um Sex zu haben, wurde dämonisiert, verfolgt, ermordet. Der Hexenbesen galt damals sogar als Verlängerung des Penis. Wenn Frau nicht so war, wie man wollte, war sie Hure. Und wenn man sich den ein oder anderen Kollegatext anhört, scheint es so, als sei dieser Wahnsinn gar nicht so ungegenwärtig. Das Hauptargument der Leute, die gegen Abtreibung sind und sich in grotesker Weise Pro-Lifer nennen, der Behauptung also Ausdruck verleihen, in Wahrheit bloß dem Leben zugeneigt zu sein und nichts weiter, ist stets genau dies. Das Leben des Menschen ist wertvoll und um jeden Preis zu erhalten, egal unter welchen Umständen es zustande kommt. Was ich ja immer richtig geil finde. Konservative und Rechte, die gegen Abtreibung sind, interessieren sich offenbar nur exakt neun Monate für das Leben eines Menschen. Bis du zur Welt kommst, haben sie richtig Bock auf dich. Und dann machen sie nichts anderes, als dich zu ficken. Deine Eltern sind arm und können sich die Schulbücher nicht leisten. Pech gehabt, du Knecht. Work hard, play hard. Probleme sind dornige Chancen. Oh, du bist Teenager und hast ne Depression? Mir doch scheißegal. Warte ein Jahr auf deinen Therapieplatz, du Ahnbacher Larry. Die gleichen Leute, die ein riesengroßer Fan von mir waren, solange ich im Bauch meiner Mutter war, sagen mir jetzt, du hast zwei Jahre Corona als Künstler überlebt. Geil! Gratulation, du Affe. Hier ist deine Gasnachzahlung. Neun Euro Ticket? Deine Gratis-Mentalität kotzt mich an. Wirklich, in diesem Land kann man nur froh sein, nicht abgetrieben worden zu sein, wenn man Aktionär bei Shell ist. Böser Witz. Böser Witz. Auch eine andere Statistik zeigt, dass das Pro-Life-Gelaber der Abtreibungsgegner Unsinn ist. In Amerika sind 70% der Leute, die gegen Abtreibung sind. Für die Todesstrafe. Und das kann ich gut verstehen. Immer wenn ich einem strikten Abtreibungsgegner diskutiere, denke ich mir, warum nur dachte ausgerechnet dein Vater, dass schon nichts passiert, wenn er rechtzeitig rauszieht? Warum? Ich habe auch kein Problem mit der Todesstrafe. Ich halte mich da ganz an meinen Idol Britney Spears, die einst sagte, und ich zitiere tragischerweise, ich bin für die Todesstrafe, wer schreckliche Dinge getan hat, muss eine angemessene Strafe bekommen, nur so lernt er seine Lektion für das nächste Mal. Ich merke die Anspannung. Ich will versöhnliche Töne anstimmen, Leute. Ich liebe Kinder. Ich liebe Kinder. Kinder sind toll. Ich habe selbst eins. Und um ganz ehrlich zu sein, die Mutter meines Sohnes und ich haben damals auch über eine Abtreibung nachgedacht. Und uns am Ende dagegen entschieden. Und da würden jetzt einige Leute sagen, aber schau mal, wenn sie abgetrieben hätte, wäre dieses unglaubliche Wunder niemals daraus entstanden. Und ich denke mir immer, naja, Wunder, ich weiß nicht. Ich meine, er ist ein Jahr alt und alles, was er kann, ist scheißen und grenzdebil grinsen. Ich will ja nicht sagen, aber ein Wunder wäre es, wenn er schon Rechenpyramiden lösen könnte. Dann würde ich sagen, na Gott sei Dank haben wir nicht abgetrieben. In diesem Fall, keine Ahnung, ob sich das gelohnt hat. Ich muss auf den ersten Känguru-Test warten, um das beurteilen zu können. Es klingt alles so hart, aber der Punkt ist doch, für diese Leute beginnt das Leben dann, wenn es durch den Samenleiter gepumpt wird. Und ich würde gerne mal eine Statistik dazu lesen, wie viele Abtreibungsgegner gleichzeitig auf Masturbation verzichten. Denn so gesehen ist dann jede Tennissocke bei denen zu Hause ein Massengrab. Das ist doch grotesk. Es geht diesen Leuten natürlich nicht um Humanismus, nicht um die bedingungslose Verteidigung des Lebens. Nein, es geht bei dem Verbot von Abtreibungen stets darum, Kontrolle über den weiblichen Körper auszuüben. Solange die Frau die häusliche Sphäre verwaltet, den arbeitenden Mann liebend auf den nächsten Schichtdienst vorbereitet und den Schoß des Volkes fruchtbar hält, ist sie Heilige. Sobald sie es wagt, gegen diese Zwänge zu rebellieren, wird sie zu Hure. Meine bedingungslose Solidarität mit allen Frauen, die selbst entscheiden wollen. Dankeschön. Jean-Philippe Kindler